Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 18. Juli 2022. Was heute wichtig ist, der neue Modus der Ampelregierung ist der Streit. Das lässt das Fundament der Koalition langsam wegbröckeln. Geschrieben von Johannes Bebermeier und am Mikrofon ist Lars Fein. Reporter werden dafür bezahlt, die Irrungen und Wirrungen der Ampelkoalition zu beobachten. Doch in diesen Wochen kommen auch Reporter kaum noch mit beim Versuch, alle kleinen und großen Streitereien nachzuvollziehen. Doch zuerst ein kleines Best-of-Ampelzoff. Alles aus den vergangenen drei Tagen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, das versteht sich von selbst. Da war Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, der sagte, er wolle Hartz IV neu berechnen, damit die Regelsätze deutlich steigen. Die Grünen jubelten die FDP eher nicht so. Nichts da, hieß es. Der Arbeitsminister solle sich erstmal schön an den Koalitionsvertrag halten. Da war Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, der auch jüngeren Deutschen empfahl, sich jetzt die vierte Corona-Impfung zu holen. Gute Idee? Lauterbach solle sich mal lieber um eine effiziente Pandemiebekämpfung kümmern, stichelte FDP-Generalsekretär Bijan Giazarei. Da war die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ihren Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Brandbrief dazu aufforderte, in einer nationalen Ukraine-Konferenz endlich die Karten auf den Tisch zu legen. Die Bundesregierung müsse noch mehr tun, um der Ukraine zu helfen. Da war die Grünen-Chefin Ricarda Lang, die im Interview mit T-Online dem Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP ins Hausaufgabenheft schrieb, bei dessen Klimapolitik müsse aber auf jeden Fall noch mehr kommen. Und da war natürlich einmal mehr die Atomkraftdebatte, deren Laufzeit jedenfalls schon bis auf unbestimmte Zeit verlängert ist. Er rate dringend dazu, die Atomkraftwerke befristet weiterlaufen zu lassen, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck warf ihm und allen anderen Befürwortern mangelnde Objektivität vor. Parteichefin Ricarda Lang witterte gar eine strategische Debatte, um das Blame-Game für den Herbst und Winter vorzubereiten. Nicht nur der Union warf sie das vor, sondern auch dem eigenen Koalitionspartner FDP. Und wenn sie nach so viel Gift und Galle jetzt erstmal einen großen Schluck Kaffee brauchen, ist das gut zu verstehen. Klar, in der Politik geht es oft ruppig zu, zwischen dem Streit um Inhalte und dem Streit als Inhalt sind die Grenzen manchmal fließend. Für die Ampelkoalition aber sind diese Tage des Zoffs besonders gefährlich. Das liegt natürlich auch am Offensichtlichen. Sie ist mit dem russischen Krieg in der Ukraine, der Inflation inklusive drohender Wirtschaftskrise, der Corona-Pandemie und der Klimakrise so sehr gefordert wie kaum eine Bundesregierung vor ihr. Streit frisst Nerven, die sie eigentlich für ihre Problemberge braucht. Doch vor allem lässt der Streit das Fundament der Ampel langsam bröckeln. Denn dass die Koalition nicht auf gemeinsamen Inhalten aufgebaut ist, das war allen Beteiligten nach der Bundestagswahl schnell klar. Zu verschieden sind die politischen Vorstellungen von SPD, Grün und FDP. Das Versprechen der Ampel an die Deutschen und an sich selbst lautete deshalb, Wir wissen das, aber wir haben einen umfassenden Koalitionsvertrag geschrieben und genug Vertrauen aufgebaut, um auch schwierige Situationen zu überstehen. Klingt gut, hätte vielleicht sogar funktionieren können. Aber dummerweise kam die Wirklichkeit dazwischen. Der Koalitionsvertrag ist spätestens mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine zu einem Dokument geworden, das die Ampel eher spaltet als Eint. Es ist für eine alte Welt geschrieben worden, eine Welt vor der Zeitenwende. Zur neuen Welt hat er nur noch wenig zu sagen. Trotzdem berufen sich alle Seiten immer noch munter auf ihn, wenn es gerade opportun ist. Das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, wenn das zweite Versprechen der Ampel halten würde, das Vertrauen ineinander. Nur zerrt der ewige Streit mittlerweile auch daran immer stärker. Es geht auch intern mittlerweile so zur Sache, dass sich einige Grüne fragen, wie eine professionelle Zusammenarbeit eigentlich noch funktionieren soll. Die Grünen machen besonders der FDP inzwischen recht unverhohlen den Vorwurf, schlicht unprofessionell zu arbeiten. Zuletzt war das so bei den Verhandlungen über das Energiepaket, in denen man sich nächtelang verhakt hatte. Die FDP soll dabei, so der Vorwurf, immer wieder eigentlich schon erzielte Kompromisse infrage gestellt haben. Mancher in der Ampel hofft jetzt, dass sich alle Beteiligten über die Sommerpause ein bisschen beruhigen. Ob das funktioniert? Das Best-of Ampelzoff stimmt nicht gerade optimistisch. Nötig wäre es allerdings. Dringend nötig. Was heute wichtig ist. Deutschland und Ägypten richten ab heute in Berlin den Petersburger Klimadialog aus. Außenministerin Annalena Baerbock eröffnet mit Amtskollege Samis Shukri. Dann reden Bundeskanzler Olaf Scholz und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Ein Erfolg ist wie immer beim Klima überlebenswichtig. Apropos überleben. Schon ab 2024 sollen in Deutschland nur noch klimafreundliche Heizungen eingebaut werden dürfen. Heute stellen Wirtschaftsminister Habeck und Bauministerin Geilwitz den Wärmewendenturbo vor. Die Außenminister der EU-Staaten sprechen in Brüssel. Das wichtigste Thema, sie ahnen es, der russische Krieg gegen die Ukraine. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.